Wir werden verfolgt. Komm. Legoland, was hörst du? Wie viele sind es? Zu viele. Wir müssen fliehen. Zu spät. Sie sind überall. Ja, und hier wird die Sendung sehr witzig produziert. Sehr witzig ist eine Comedy-Reihe. Die läuft unregelmäßig im NRFernsehen. Das ist aber hier nur eine von vielen Produktionen. Sie wissen, dass wir viel mehr Produkte hier machen. Unter anderem eben halt auch die Tagesthemen. Und da gehen wir jetzt hin. Das gucken wir uns gemeinsam an.